selbst mit dem mme system haben wir noch zu viel krempel robert was machst du nun gerade ich suche gerade wie das heißt richtige query ach so nämlich aus wie so ein scheiß dem boy fast naja genau wenn ich aber query in der suchlast im inventar eingebe kommen nur diese komischen ender queries raus ich weiß ob das die richtigen sind ist das mit muss man gucken wie das auf deutsch hier ist welche motto ist wille steinbruch dazu leicht herzustellen elektronische bibliothek weil das bild was du geschickt hast das ist die query und die wird auch mit zahnrädern und so hergestellt das ist verdammt materialaufwendig das zahnräder ja ich habe es eben noch gegoogelt ganz easy ist es doch hier mit diamant zahnrädern und so was ja ja habe ich hier habe ich ein steinbruch heißt es ja es wird mit 12 diamant zahnräder zwei gold zahnräder und zwei also drei eisen zahnräder gemacht genau mit einer diamantspitzhacke und eine redstone genau das ist die das ist die ja ist ein steinbruch hier drin wenn ich genug diamante habe ja wieviel brauchst du einmal drei stück für die ja die muss aber ganz ganz konsoren ich habe jede menge diamanten ab 18 stück in meinem inventar ich habe 50 oder so mittlerweile dann machen wir das auf jeden fall gemeinschaftlich wenn die abgebaut also wenn die abgebaut dass von starren alle drei vier acht diamanten brauchst denn noch wenn wir die stadt die spazage haben zwei drei vier fünf sechs sieben acht ja gerade hast gesagt habe ich glaube ich gehe mir gleich was zu essen machen irgendwie habe ich doch hunger ja vielleicht noch ein bisschen wachen vielleicht mache ich doch den auflauf noch heute ich kriege den auflauf zu machen ich mache den doch 16 gold richtig dann noch ich hatte heute nur dünner und lass es bitte aber nur dünner ist so ist so wicke ich gehe mir gleich drüben und dünner holen ich weiß ja das ist aber dann auf eigene gefahr wenn du dir drüben ein holst wir haben da noch nie gegessen schatz du kannst gar nicht sagen das ist auf eigene gefahr doch doch weil wir noch nie da gegessen haben ach ich glaube ich probiere das gleich einfach mal aber ich gehe jetzt erst mal meine frau holen bevor ich die baue ah stimmt du musst weg ja ich dachte oh doch leider gottes okay bis später eigentlich wollte ich heute auflauf aller mama machen deswegen ja aber wenn wir den morgen erst machen und wir haben den dann für zwei tage dann müssen wir erst am donnerstag einkaufen sonst müssen wir morgen einkaufen und das funktioniert ja nicht ja pass auf du weißt du dass ich morgen nach nur erst nach hause kommen dann komme ich nichts mehr ja dann mache ich den fertig okay das ist ja nicht schlimm ich bin ja sowieso den ganzen tag da ist morgen überhaupt jemand zum zocken da habe ich dann vielleicht was zu tun ich wäre da ja ja morgens mein letzter feiertag vom wochenende natürlich ach wann muss nur morgen los schatz 8 uhr stehe ich auf 9 uhr bin ich die tür raus hey du musst mich auf jeden fall wecken morgen früh ich muss noch mal zum arzt der will mich noch mal sehen ich will ja mal gucken ob die zwangsjange enger sein muss du bist so ein kleiner assi ne ich weiß oh lava deine mutter warum passiert mir das immer erst mal vor den ofen schmeißen ja ja das hast du gerade mit mehs system geguckt überhaupt wie das funktioniert ich habe keine kohle mehr ich brauche kohle was noch eine kohle habt ihr noch irgendwo kohle kohle sekunde ja ja dann auch gemerkt Wo habe ich mein Fleisch hingetan? Jetzt mag man wohl verdienten Kakao trinken. Boah, Kakao ist das beste. Du hast ja also erst ein Bier geholt und dann Kakao? Ja, ich habe das Bier relativ schnell ausgetrunken. Ich habe aber gemerkt, du hast ja immer noch Durst. Aber du hast kein Bier mehr da, weil du dir nämlich nur zwei Flaschen gut hast, weil du gedacht hast, zwei Flaschen reichen. Das war so eine behinderte Aussage, ehrlich, ey. Was für eine behinderte Aussage? Stefan meinte irgendwas von wegen, ja, es wäre ja schon sehr verdächtig, wenn sich jemand gerade ein Bier holt, dann einen Kakao holt, währenddessen aber eigentlich bei WhatsApp online ist und mit irgendwem schreibt. Aha. So, und ich hatte Lukas das geschickt und Lukas sagte so, ja, ich war bei WhatsApp. Ja und? Ist das verboten? Und da habe ich dann, ohne dass Stefan irgendwas sagen musste, gecheckt, dass der Lukas meint. Weil ich habe eben gedacht, der meint das nur irgendwie als Beispiel oder so, keine Ahnung. Der meinte mich schon, da habe ich dann auch so, alles klar, schüss, verpiss dich. Da habe ich mir dann alles klar, wieso hinterm Rücken rede? Brauche, brauche, brauche ich nicht. Ja, ich frage mich sowieso, ich frage mich sowieso, warum man sich dafür rechtfertigen muss. Also das ist echt, naja. Passt euch nicht länger damit, ganz ehrlich. Was ist hier unten? Da unten ist eine Bärenfarm und unser Stromgenerator, der dafür sorgt, dass hier alles läuft. Ah, aha. Wow. Was soll, ey? Was denn? Alles klar, nix, alles gut. Tschö. Ja, ich habe mich, äh, geteleportet hier. Ah. Ich muss das Bombenhaus mal weiterbauen. Ja, hast du gestern schon gesagt. Ich weiß und ich glaube, das sage ich jetzt jedes Mal und trotzdem passiert das nicht. Selbst schuld. Ich glaube, irgendwann werde ich mich mal, wenn keiner online ist, werde ich mich dann mal hier hingehen, rauf in eine Tasse abschmeißen und einfach mal das Bombenhaus fertig bauen. Fehlt hier einen Block? Na, Robert. Wenn du Unterstützung haben möchtest, sag gerne Bescheid. Ich bin bei Bauprojekten immer gerne am Start. Mach ich? Ja. Mach ich sehr, sehr gerne. War man heute Dienstag, ne? Das ist richtig. Ach nee, das soll so sein. Ich sehe das gerade. Da drunter ist, weil unter dem Teil hier ist nämlich ein Trichter und da drunter sollte eigentlich noch eine Tour sein, deswegen, das soll so sein. Ah, hm 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 hm. Ne, ich glaube, ich gehe gucken, ob der Imbiss auf hat und guck mal, ob... Boah, mach ich den Dreh, ich hab auch mal. Das ist nicht mein Problem. Wie nett. Bin immer nett. Au! Ich hau aber andere Leute nicht. Ich hab den Fisch im... Boah, ohne Spaß, ne? Hast mich mit dem Fisch gekauft? Warte, da muss ich mit dem Steak hauen. Oh. Okay. Ist gut jetzt, komm. Sonst bin ich schlecht wieder tot, ey. Ich nehme das ab und lad das bei YouPorn hoch. Bei YouPorn. Minecraft-Mannequin schlagen sich mit Fisch und was war das andere? Steak! Steak!